Die Strasse Die Strasse Die Strasse Die Strasse Die Strasse Die Strasse Da müllt's schon ganz schön Lecker Das meiste Zeug Das ist meiste Scheißpapier Die Strasse Alter Schwede Ich schmeiß einfach mal Zeit wieder Da ist ja totaler Dreck überall Aber da steht auch Dicke mit Cs drin Was ist das da? Aber da ist schon mit Cs Die Strasse Noch mal fragen Ziege ein Audi Rüttl Drei Radung geschmissen Dein Mittelmotor Jetzt wissen wir das auch Wahrscheinlich werden sie es reparieren Ja genau Mein Rohlaufhänger Das schmeißen wir auf die Seiten Das Illegale sind sicher machen Das ist ja auch Und gerade da mache ich Spaß Da muss ich nicht wissen Schaust du noch mal Fast in Früh oder so In ein Backhaus dann ist das immer Ja Wie ist das scheiß Automaten kaputt? Ja Müssen wir jetzt forschen? Oh, ist ja die Dame Achso Buhjou Linhahn Mio? Buhjou Linhahn Gratis Feiertok Ah Feiertok Du hast ja gratis fahren Buhjou Linhahn Buhjou Linhahn Buhjou Linhahn Buhjou Linhahn Alter Schwede Das habe ich schon Das hat ein Abflug gemacht im Fußraum Alter Sie sehen Buhjou Linhahn Buhjou Linhahn Die hat eben eben wieder freiifi Da tre Dir mit mir Und zwei Schweine Ja, irgendwas brappelt wieder. Die wieder Timbotton. Oh, Lawal Timbotton! Cola! Richtig so. Ja. Glaubst du, du? Ein Wahnsinn. So ein Fachartikelmarkt. Dann läuft es wieder raus, da waren noch zwei Lawal da. Und Cola gekauft. Oder Timbotton gesagt. So kurz ein bisschen durchgeschaut, was will ich sagen? Und da wieder los. Wie ein Attitude noch da an der Straße. Als wir bei nach Hause. Da schleppt sich einen Unfall gegenüber. Das ist echt geil, Alter. Der schleppt mich nach oben, was ich gerade geschossen habe. Siehst du, das ist ein Hilfsbereiter. Darf ich jetzt einen Unfall geben? Nein, ich fahre. Das ist nicht richtig. Du hast es aber vorher auf sich eingestellt. Da losst du einen anderen drauf und da schleppt er noch einer. Genau. Weil wir es mit Sauern gemacht haben. Ja. Einfach mal durch das Auto durchziehen. Ja. 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 Was ist das? Nein, das ist auch noch. Hahaha! Eideide! Zieh! Fiesere! Danke, Afton, zu dir! Was? 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 Ich will da nicht ausmachen, da können wir uns jetzt auch mal schauen. Vielleicht hätten wir jetzt noch Bayern, wenn wir da schon lange gewerten. Bleibst du das auf der Straße zu stehen, oder? Oh nicht. Schauen wir mal, was das an CDs hat. Ich kenne jetzt die wirklich nicht, oder? Du kaufst den Frostschutzhaut in den Kofferraum. Du greifst irgendwo rein und kaufst den CDs. Mann, ich sehe das da oben, oder? Nein. So, ich schaue die Oli. Und jetzt? Ja, die Medien. Ja, so. Das ist der ganze Fix, oder? Das ist aber leer. Das ist der ganze Mix. Dann kann ich da jetzt vorspulen. Das geht wahrscheinlich in ein paar Stunden. Oder ist das Oli? Jetzt kannst du ja auch sehen. 20 Krempel für Oli, aber schon teuer. Schon spitz, oder? Schon gut, oder? Ja. 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 War schon gut, oder? Super. Ich muss rein, dass die Mischel vom Flug offen ist. Die ganze Zeit. Lass den rein jetzt. Bleiben wir noch. Mit chinesischem Gesang. Aus dem Beat, was schon gewesen ist. Du hast frei. Du hast frei. Das ist kinesisch. Das ist kinesisch. Das ist kinesisch. Rannher ist auch. Untertitelung. BR 2018